Tag Leute, da sind wir. Und zwar die komische Truppe und ich der alte Phil hier. Jo, gucken wir mal wie das hier wird. Rücken wir mal auf Play, es sind minus 2 Grad draußen, es ist Herbst und nicht alle Öfen sind ready. Oh, das kann man auch noch plündern. Direkt nebendran liegt ja nur eins. Uns fehlen nämlich hier Ressourcen. Die müssen wir noch ranholen. Genau. Und ja, Parkett wird weitergebaut, sehr schön. Gott, kühl. Ja, kühl ist es. Es wird doch irgendwas wegen alter Ausrüstung. Meine ist ja jetzt nicht so schlimm. Geht ja noch. Sag ich jetzt mal. Er wird um 8 Grad Kältetoleranz. Also, easy. Wie sieht es aus bei den anderen? Ja, es ist. Oha, hier. Das ist eher ein Problem. Jacke. Aber haben wir da nicht irgendwo was in der Pipeline? Nervenzusammenbruch der Ken. Ach, wütend. Ja, mach doch. Was soll man dazu sagen? Was soll man dazu sagen? So sind sie. Die Kenz. Ja, auch plündern. Hier liegt so viel Schrott rum. Plündert doch mal alles hier. Ja, ist mal wichtig. So, hier sollen sie Stöcker für die Öfen. Genau, ich glaube, die Öfen, die brauchen das Zeug, was nicht da ist. Scheiße, ey. Und warum bauen sie die Fenster eigentlich nicht? Holz, ist doch alles da. Ey, der macht alles kaputt. Ey, der Sack. Dieser Sack. 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 So. Machen wir ein bisschen Speed hier. 0 Grad. Repariertruhe. Sehr gut. Da wird was repariert. So, hinten war doch noch irgendwer. Genau, Essen. Da haben wir das Feld. Sehr gut. So, jetzt haben wir doch hier noch irgendwie... Holzforschungstisch. Erforschen. Hier sind irgendwelche Sachen, da habe ich hinzugekommen. Kauwurzel. Da brauchen wir noch irgendetwas anderes. Das müssen wir vorher erforschen. Okay. Festigungsanlagen ist, denke ich mal, wichtig. Strom kommt relativ spät. Jetzt müssen wir mal schauen. Sehr gut. Emeline ist... Sie war blockiert. Lass mal gucken. Wo ist sie? Okay, Emeline, wo ist sie? Ist doch gar nicht mit. Wie ist die blockiert? Ja, passiert manchmal, dass die blockiert sind. Also, Lager ist umgezogen. Jetzt müssten wir Forschungstisch dann irgendwann mal noch umstellen. Holzwerkbank müssen wir umstellen. Und vor allem den Schneider. Wartet auf Material. Könnte eigentlich loslegen, oder? Glaub ich. So, genau. Und das wird ja hier unsere Bastelbude. Da soll das ja alles rein. Ist die Frage, könnten wir jetzt eigentlich schon rüber schieben, ne? Jetzt mal gucken hier. Ja, warte mal. Forschungstisch. Hier rüber fahren. Reinzoomen. Dun, dun, dun. Gar keine Fenster drin. Das ist vielleicht schlecht. Bewegen. Wie war das nochmal mit bewegen? Scheiße. So. Ja, die kommen hier drin und sollen forschen. Kein Forschungstisch. Alles klar. Wir haben zwar einen Forschungstisch, aber ihr wisst schon. Holzwerkbank. Und Schneider links. Oh, Grayson auch hier vorm Nervenzusammenbruch. Alter, baue erst fertig und dann kannst du. Zack. Kommt alles jetzt hier her. Aber Grayson, du bist hübsch am Basteln. Das finde ich super. Das ist total super. So, da liegt hier irgendein Zeug. Oh, scheiße. Das stinkt schon. Was sind das? Blaubeeren oder was? Sonstige Gegenstände. Zwei von zwei. Na ja, wer weiß. Jetzt haben wir schon mal an 19 Uhr und die haben nichts hier. Äh, nichts haben sie geschafft. Nichts. Warum bauen die hier hätten die Fenster nie weiter? Kommst du nicht ran oder wie oder wat? Doch, baut großes Fenster. Na endlich. Halt, was haben wir hier noch? Nutzpflanzen. Kauwurzel. Okay, alles klar. Ähm. Unterkünfte. Fenster. Oh, siehste Grayson. Forschungstisch. Nice. Okay, da können wir Fenster nicht hin platzieren, weil... Da ist schon weit. So, warte mal das da. Kopieren. Dann glaube ich so hier, ne? Auch auf der Seite Fenster. Einfach mal so hin. Ja, die restlichen Seiten lassen wir erstmal schauen. Unterkünfte kleines Fenster. Ja, die können wir da hinsetzen. Das ist gut. So, können wir jetzt rausgucken, was im Lager ist. Sehr schön. So, Samantha isst. Grayson isst. Die anderen drei pennen. Damit haben wir die fünf zusammen. Auf gehtet. So, neuer Tag hier. Okay, es wird geforscht. Sehr schön. Das wird auch gegessen. Oh, okay. Und die bewegender Zeugs darüber. Sehr geil. Kurz vergucken. Dächer sind ja überall drauf. Ja. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Also, das wird rüber bewegt. Sehr geil. Sehr gut. Hübsch. Dann könnte man das hier eigentlich abreißen. Kann ich das alles so markieren? Ja. Okay, den dann natürlich nicht. Kann man wiederverwerten, das Ganze. So, ja. Geht mal ein bisschen schneller hier. Keine Zeit, ey. So, und für die Emmeln bräuchten wir jetzt langsam mal noch irgend so was wie ein Pullover, Alter. Wir haben noch eine Sache übrig. Was haben wir denn hier? Hosen. Ja, Hosen. Scheiße. Hosen am Salern. Unterkühlung. Zweimal. Scheiße. Scheiße. Okay. Okay. Ei, ei, ei. Okay, sollten wir auf jeden Fall noch mal schauen. Oh, ich hoffe, wir kriegen noch ein bisschen was zusammengeschneidert. Das wäre wichtig. Zweimal Unterkühlung. Mist. Verrottet in Kürze. Naja. Tut es ja jetzt schon, glaube ich. So, was haben wir denn hier? Wir haben Gemüse, Strauchfrüchte, Getreide haben wir. Getreide haben wir. Können wir aus dem Getreide schnelle Rezepte. Haferbrei auf jeden Fall. Grenzwert erreicht. Nur dreimal machen wir lieber fünf, ey. Okay. Okay, wir brauchen Strom, damit wir auch ein paar Kühlsachen machen können. Ein Fenster ist gebaut. Sehr hübsch. Wäre cool, wenn weitere Fenster gebaut werden würden. Okay. Okay. Komm schon, abreißen ist keine Prio jetzt hier. Ja, das kann ich hier nicht. Das hätte ich lassen sollen. Warte mal. Ähm. Blitzerbleiter, den dürfen sie abreißen. Befestigung Holz. Ja, geil. Okay. Das heißt, wir könnten auch jetzt demnächst mal einen Zaun drumherum bauen. Was haben wir hier? 392 Stücker. Können wir hier nochmal ernten. Früchtebusch. Okay. So Ken schnell, dass Rita Ford Grayson schläft. Hm. Naja, gut. Die machen alles Dinge. Ja. Okay, Grayson geht jetzt essen. Wieso hüpft er eigentlich darüber? Hier ist die Treppe. Und da noch liegt er, ich will er hin. Okay. Das ist hier ein total egal, hier. Dann schlafen, bitte. Aggressive Tiere. Oh nein. Okay, okay, okay. Moment. Stopp, hei gesagt. Jetzt werden wir erstmal alle sammeln. Einberufung. Oh, oh. Jetzt haut's ab. Tot. Okay, Nummer eins. Oh, das ist tot. Ich muss alle wieder auswählen. Ein bisschen dicker, ne? Das ist tot hier, oder? Das ist auch tot. Aber wo ist der andere? Okay. Ken, geh beiseite. Okay. Oh, Alter. Ich jetzt so da? Angreifen sollt er. Okay, das war gar nicht so wild. Auf jeden Fall mal wieder Fleisch heranholen. Irgendwo war noch einer. Der schläft. 1, 2, 3, 4. Naja, egal. Mit dem 4 müssen wir erstmal klarkommen. Würde ich mal so sagen jetzt. Okay, ist im Moment erbaut. Sehr schön. Treibstoff. Noch fünf Stück. Sehr gut. Auffüllen. Ne, halt. Immer auffüllen. Genau. Häkchen ist dran. Alles gut. Wird immer aufgefüllt. Wird immer denn echt jetzt so? Ey, immer denn. Du schläppst doch bloß Holz durch die Gegend. Das muss wohl ein bisschen schneller laufen, Alter. Es ist wirklich kalt. Richtig. Lassen wir auch wieder langsamer laufen. Und wir wollten doch jetzt irgendwo hier fünf Mäntel. Genau. Warten aufs Material. Leute, das ist wichtig, die Mäntel. Verdammt. Ja, was ist mit dem los? Oh, ein Stups. Da ist der Fünfter. Guck an. Da. Schlachten. Sehr schön. Ne, Erkundungstour machen wir jetzt nicht. Nicht genügend Stauraum. Ja, für... Ach, verdammt. Ja, verdammt echt jetzt so. Fürs Essen. Ja, kann ich es nicht einfach nur kopieren fürs Bauen? Doch. Okay. Okay. Ja, das ist der Fünfter, der Fünfter steht nur rum. Moment. Dann lassen wir Cementer jetzt... Wie sich weiter unterkühlt. Wie sich weiter unterkühlt. Ken spielt Dart. Na gut, soll er mal. Frohes Essen. Kocht denn keiner mehr hier? Ah, diese Prioritäten. Ungünstig. Ungünstig. Okay, er transportiert Metall. Das ist erstmal egal. Und ich muss jetzt hier hinten nicht das Zeug. Können wir gerne später machen. Ausschlachten. Ich glaube, damit haben wir hier alles, ja. Was sollen sie denn hier vorne machen? Wenn dann. So, Stauraum sollte ich jetzt hier noch da sein. Großes Fenster wird von Grayson gebaut. Sehr schön. So muss es sein. Cementer. Wo ist denn Cementer? Cementer schnübbelt noch. Sehr gut. Das ist gut. Und baut ein kleines Fenster. Soll sie so machen. Oh. Guck hier ein Gewitter. Krummelt so. Besprach mit Rita zur lumpte Kleidung. Ich weiß. Aber ihr müsstet mal einfach mal machen. Oh, stimmt. Äh. Nahkampfaffen. Damit wollen wir sie auch noch ausstatten. Haben sie gar nicht. Aktuell. Jetzt muss ich diese Uhrzeit noch forschen. Damit er immer ruhig schlafen kann. Eieieiei. So. Erste geht schlafen. Grayson. Howdy of Sower. Howdy of Sower. Ist ja alles fertig gebaut. Finde ich gut. Jetzt fehlen nur die Metallstangen. Also Leute. Nacht ist angesagt. Ich würde mal sagen. Wir verabschieden uns jetzt hier. Von der. Von diesem Planeten. Also. Wir. Euch. Haut rein. Eier. Lasst gerne einen Daumen oben da. Gerne Kommentare. Tipps vor allem. Ideen und so weiter. Und ein Abo. Würde mich freuen. Scheiße. Es gibt Schnee. Also. Ciao, ciao. 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 Ciao.